So, da wären wir wieder auf dem Dach unseres Büros und unten geht mächtig viel Scheiße ab. Die battlen sich da gerade. Wir sind zum Glück schön in Sicherheit. Das Dach gefällt uns. So. Jetzt dürfen wir uns so nicht verklicken, wenn wir rausgehen. Hello. Hello. Hey, was macht der denn hier? Oh. So. Ah, siehst du, das ganze Geld ist auch hier. Oh, auf jeden. Mach mal den Tresor auf, kannst du das? Ne, leider nicht. Düm, düm, rein ins Netzwerk. 450.000. Sehr nice. Dann mach ich diesmal mal wieder drei, damit wir eine Runde Zahl haben. Dann können wir wieder vier verkaufen. Alles klar. So, jetzt müssen wir nach oben raus, ne? Aber erstmal nichts. Erstmal einen drauf saufen. Achso, kam noch gar nichts, ne? Was? Kam schon die Aufgabe? Verlasse das Büro. Jetzt kam's, okay. Nee, manchmal dauert das, bis die Mission angezeigt wird. Hier steht, verlasse das Büro. Die Ware liegt da draußen rum. Ja, schön. Das ist ja schön, dass die da rumliegt. So, einfach so viel hier wieder. Junge, was ist denn hier los, alter? Los weg, los weg. Boah, ist die wieder auf dem Wasser? Boah, ist die wieder auf dem Wasser? Sie hat drei unterschiedliche. So, so drei einzelne Kisten. Hätten wir wieder ziemlich verkackt, ey. Ja, es ist so. Guck mal, ist die wieder auf dem Wasser, da vorne bei der Yacht, nehm ich an. Ne, doch nicht. Ne, warte mal. Ne, ist nicht. Ist... Ah, da, ja, ich seh's. Das ist ein Fahrzeug sein. Ja, ich glaube, das ist ein Fahrzeug sein nebenbei. Oh, ciao. Wow, wow, ja, die kann ich nicht kaputt machen. Das müssen wir so zerstören, die Wichser. Wo soll ich das machen? Gleich tot, ey. Ja, wenn ich die so mache, dann ist, äh, das Ding kaputt. Ja, dann... Ach, tschau, keine Chance. Und da ist der Lohn gekürzt. War noch nicht. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, aber jetzt... Ja, tschau. Ja, stopp, wir brauchen das Auto. No. Oh. 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 Hast du einen? Okay, gut. Die Snippern war weg, oder? Die Wichser. Ja, besser ist. Fährst du auch richtig. Oh, toll, ey, guck mal, die Lanza hat das Ding hier eingeklemmt, guck mal. Das Tor. Was? Okay, das geht's. Hier war gerade so komisch, äh, die Schranke in das Tor geklemmt und hat nur sich so ein ganz verspalten. Und da hat er einen Spalke geöffnet. Bei einer Reihe. Nur die Schranke noch da gefeiert. Kann man optimieren hier über den Platz? Yes. Oder? Ja, doch. Was? Wie Kopfgeld. Von unbekanntem. Maul. Meinst du, das ist ne gute Idee? Oh. Boah, ist so schwierig mit Controller. Der steigt ins Auto, der Penner. Echt? Ja, auf jeden, der feiert er. Na, ist doch die Ware. Boah, bist du irre, dass du auf den Ball hast damit? Das ist voll heftig, die Waffe. Ja, hier ist das Ding kaputt. Patsch. Jetzt schießt ihn endlich ab. Jetzt ist er nicht mehr in meinen. So. Alter, schweiß ich, was für ein Huh. Wenn ich auch drin bleiben könnte. So, ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Ich habe Angst. Sie kriegen sich da immer noch. Was machen die denn da? An unserem Gebäude da oder was? Ich glaube, ich weiß es nicht. Die Bremsen bei den Dingern sind auch immer aus nur Deko, ne? Als wenn wir ins Nichts retten. Oh fuck. Das war keine gute Idee. Ciao. Oh, genau vor mir ist glaube ich einer. Bande, doch. Oh, das könnte spaßig werden, Dicker. Na, Heli ist der Schott. Ich gebe einfach... Oh, ne. Ich fahre geradeaus. 900 Meter. Ich glaube mal doch, der ist hier. Scheiße. Das haben wir. Das haben wir. Yes. Sehr gut. Perfekt. Gang ab. So, what next? Verkaufen. Gleich weg mit der Scheiße. Lagerhaus leer, Konto voll. Ah, ne, geht erst in 18 Minuten wieder. Ciao. Dann würde ich sagen, machen wir Speditionen da runter. Oder? Meinst du? Nicht? Oh. Was haben wir noch so? Was sind Kapitalrückführungen? Könnten wir auch machen. Müssen wir zwei Autos klauen. Machen wir doch das noch mal. Was ist krass auf jeden. Was können wir machen? Okay. Ich glaube, fünf oder vier Sterne kriegen wir dann gleich. Ciao. Da habe ich hier ins Gesicht. Hä? Oh, ciao. So close. Dammit. Hm. Los. Ich habe gerade beobachtet, was die Medics da machen. Aber irgendwie gucken die sich die Leichen nur an und sagen, ja, so knapp. Dann gehen wir weg. Oh, das ist ein Fist-Style sogar, glaube ich. Ein Fist-Style. Ein Fist-Style. Ein Fist-Style. Ein Fist-Style. Ein Fist-Style. Ein Fist-Style. Oh, und da kriege ich die vier Sterne. Ja, ich auch. es ist nicht zwei stehen meinst du es ja das sind zwei ja warum hast du nicht gewartet bis ich da bin du wirst ja nicht dass du vier Sterne auch gleich bekommst tschau boah ist der schnell steht nicht scheiße äh da wo dieses Kreuz ist die Schildkreuz was auch immer boah yo das wird heftig dicker ich fahr autobahnen wo ist denn das hä ja ständig doch doch oh dicker ist das heftig junge wo müssen wir denn hin das ist nur sechs Kilometer oh tschau boah da kommt ein Spieler Wieso darf er nicht? Warum? Er kriegt ja nix. Er kriegt ja nix. Er bringt ja mal selber was mit. Von wie aus darf er das? Nur nicht so oft. Ein bisschen oft finde ich irgendwie. Ja, das ist weil seine Eltern gerade im Urlaub sind. Ach so. Ich habe keine Lust alleine zu Hause rum zu pümpeln. Ja, das geht aber schon sechs Wochen jetzt. Deswegen? Ja, keine Ahnung. Guck mal in den Siedel zusammen. Ja. Hat er auch noch. Auch noch? Ja. Ist das schön. Ich habe die Sterne weg. Ich nicht. Ja. 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 Ich habe den Schrauben gekauft. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ja, das wüssten wir es eigentlich. Ja, komm mal. Könnten wir nachher helfen? Wann nachher? Ja. Ja, kann ich machen. Was? Du machst deine Bude sauber wieder. Oh, 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 oh. Du hast ins Wasser gefahren. das traue ich mich nicht das traue ich mich nicht so ist es wie ein Stern die hat gerade abgeschüttelt oh auf deiner Strecke sind echt noch viele Spieler schau dir mal wer ja immer kurz den Buzzard bestellt, nur auf deine Kosten damit ich lieber unterstützen kann ist das auch meine Kosten? nein, ist auch umsonst den Buzzard, dadurch dass du ja VIP bist das hat auch irgendwie nichts gemacht die Bullen abzuhängen echt nicht? haben jetzt nicht funktioniert gut direkt wenn ich einen Stern bekomme und dann zwei Sterne tschau musst du ihn noch abhängen oder was? ja oh, da hinten kommt ein Spieler ja, was soll ich machen? nein, ich sag es einfach nur tschau tschau oh Kartoffelbeurt die sinditic komische Namen unterwegs und er ist die Schuhe wo das Kartoffel gehört links oh Junge ich kann dich gar nicht treffen wieso zieht er den nicht an mit Raketen sonst macht er das doch immer oder nicht ich treffe ihn auch nicht es trifft ihn denn nicht wenn du nicht die Sterne wegbekommen jetzt haben wir ich springe jetzt raus und mache den Plastik was ist denn hier los ey sehr gut Aua ja genau BOOM tot so nun ja verkaufen oder ja ist klar das war zu weit weg hier ich kann doch mit so einem schönen Segelboot da hinfangen siehst du das oh wie ach so das zählt für mich auch mit wenn du eine rufst genau das ist ja kacke komm wir fahren wir segeln da runter das bringt ja nicht viel ich nehme die Karriere einfach wieder mit da ist abgeschlossen das ist ja kacke scheiße das ist echt ne Minute warten ey das ist doch kacke ich bin Kapitän jetzt schön da den 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 Fluss runter zum Meer was hat er hier für Schmerzen im Wasser oder was der Bulle steigt aus und wieder ein steigt aus und wieder ein steigt aus und wieder ein kämpfst du gerade da gegen den Penner der gegen uns gespielt hat eben mothers das ist幽b das ist mit dem er des das mit der bei ich du du Ich verpiss mich. Und da ist Kartoffelbird tot. Dann treffen wir uns da auf der anderen Seite. Tschau. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Also bist du mit so einem scheiß Boot losgefahren. Ich drück sogar Steuerung, damit die Nase aus dem Wasser gedrückt wird. 2.000 für gute Führung bekommen. Ist das nicht toll? Scheiße hier. War das Flugzeug kaputt? Wo, 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 wo? Ach, schade. Schon weit weg. Es hätte ein... ...ein... ...verkauf sein können, weißt du? Irgendwer labert da die ganze Zeit, aber ich verstehe es nicht. Tschüss. Er fährt doch einfach ungestört weiter. Und weg ist er. Spieferderber. Ich bin ein gemeiner Mann. Alles niedergemachte, was in den Weg kommt. Weg, worin. Wir werden. Das ist doch mal. Das ist das Lagerhaus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr. hin in der in der das wird was gerade richtig schön alle Pissi auf uns gemacht das ist doch da so meine lieben Freunde wünscht uns Glück alle auf einmal jetzt kommen no risk no fun ok er sagt alle auf einmal in dreieinhalb Minuten ja was machen wir in der Zeit könnten wir uns doch einen theoretischen Panzer holen oder? einen Panzer? ja der in Sicherheitshalber dann nebenbei herfährt wenn das ein LKW ist ja dann hol dir einen oder meinst du mit Dingsfahrzeuge ne ne ich kann ihn glaube ich schnell holen ich hab den glaube ich noch nicht wo sich die guten alten Pegasus Leute anrufen kann ich den Heli dafür nutzen? weiss ich nur den Heli nehmen, ist das nicht besser? weiß nicht der Panzer ist so lahm aber wenn der LKW...ja ne nehme ich den Heli, ist auch ok komm in mein Rotorblatt oh oh ich hab Angst ich hab Angst Angst aber wenn das klappt haben wir oh da ist ein Jet in der Luft oh ciao aber vielleicht wird er platt gemacht wir kämpfen da gerade um ne Kiste ja geil wir werden so auseinander genommen ha 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 zwei Minuten bisschen der Jet ich mach mal hier Inventar Munition maximale Munition ho 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 aah wie teuer sind denn die Annäherungsminen? oh da kommt ein Helikopter da hinten irgendwo ich hör den Jet oh man was ist denn hier los ey das wird doch nix oder doch lieber nur 5? ne jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir es machen jetzt müssen wir es machen wie lange müssen wir noch warten? aaaaaaah am besten machst du Geisterorganisation meinst du? ja auf jeden sonst wird das zu krass glaube ich 12.000 kostet das hm was kriegen wir für den Verkauf? 8 Kisten? 80.000? ja ja besser ist das solange der Jet in der Luft ist ist das scheiße ja auf jeden obwohl ist er immer noch da? solange nicht mehr gesehen ich glaube der ist nicht mehr nur so ein anderes Flugzeug und es ist der Luster natürlich 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 und Trackify bestimmt ja sicher wie mach ich diese Kacke? wie mach ich das mit der Ghost Dingens? ähm musste Secure Service mit M machen und dann Fertigkeiten ok ich brauche hier Musik ey ich brauche ich muss mich ablegen wie das geht ja nur 3 Minuten diese Geisterorganisation doch genau was ist das für ein Scheiß dafür 12.000 ey das reicht doch wir haben ja sogar einen Punkt haben wir doch alles kurat und aus der Stadt raus wir hätten gar nicht leben müssen glaube ich ja toll das ist ein Wichser bei mir ist der LKW ne ist der größte Scheiß ist so ja bei der geringen Menge lohnt sich das glaube ich auch gar nicht aber egal die ganze Organisation ja ich glaube wir haben ja wir haben ja 8 Kisten äh schon relativ viel ich weiß noch wo wir mit den neuen Kisten zerstört worden sind ja das stimmt ja das schießt nur auf mich Maul ja im Drecksgänger ey das hätten wir aber echt ohne machen können das war ja echt entspannte Fahrt ey nun gut sicher ist sicher auf jeden Fall safe ist safe er hat sich nicht gelohnt aber egal wir brauchen das Geld deswegen sind wir über vorsichtig was was oh nein was ist los na gut na gut warte doch ich komme mir nicht mehr weg festgefahren das LKW ist aber auch ein Scheiß das ist wirklich so hä geil ja nice verkauft geile Scheiße ja das war doch erfolgreich wir sind gut unterwegs würde ich sagen ja auch auf jeden Fall nicht weil ich jetzt weg mit den Rotorblättern da oben drauf ok be beetle ja da ist aber ja alles klar vielen Dank fürs zu sehen wir sind uns beim nächsten Mal tschüss Ciao!